Ein historischer Akt des Vandalismus Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer, Die Partei, die Partei, sieht nicht weg. Uns liegt ein historisches Dokument vor, welches sich nun vorzulesen gedenke. 9. November 1517 Anklageschrift Der Theologieprofessor Dr. Martin Luther, geboren am 10. November 1483 in Eisleben, Grafschaft Mansfeld, wohnhaft in Wittenberg, deutscher Staatsangehöriger ledig, wird angeklagt, in Wittenberg rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt zu haben, indem er im Laufe des Samstags, den 31. Oktober 1517, ein Druckwerk mit 95 selbstverfassten theologischen Thesen unter dem Titel Des putio pro declaratione virtutis indulgenziarum an das Hauptportal der Schlosskirche zu Wittenberg mit vier Eisennägeln angeschlagen hat, ohne über die dafür erforderliche Erlaubnis des Rechtsinhabers der Schlosskirche zu verfügen. Dabei entstand an dem wertvollen Holzportal der Schlosskirche erheblicher Sachschaden, dessen Behebung schätzungsweise 10 Goldgulden nach sich ziehen wird. Angewandte Vorschriften Paragrafen 303 Absatz 1 sowie 303c Strafgesetzbuch Strafantrag ist form- und fristgerecht gestellt worden. Beweismittel Angaben des angeschuldigten Prof. Dr. Martin Luther Zeugen Philipp Melanchthon aus Wittenberg und Georg Röhrer aus Leipzig Urkunde Ein Thesenpapier Sachbeweise Vier Eisennägel, teilweise verbogen, sowie ein Hammer Es wird beantragt, das Hauptverfahren zu eröffnen. Die Unterschrift des Staatsanwaltes ist nicht wirklich leserlich Und Das mit dem Fristgerecht dürfte sich nach 500 Jahren auch erledigt haben. Sie hörten die Partei Die Partei Wählen Sie die Partei Sie ist sehr gut Sie lieben uns Und Sie viel Sie 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 Sie